Ich bin Viktoria. Ich mache eine Lehre als Lebensmitteltechnikerin in der Obstverarbeitung. Als Lebensmitteltechnikerin macht man vor ganzen Früchten eigentlich Genussmittel. Also wir brennen, wir machen Marmelade, wir machen auch was im Labor, wir dann Computeretiketten herstellen und Säfte anfüllen. Zum Marmelade kochen gibt man zuerst einmal die Frucht in die Kessel rein. Dann tut man Zucker und Pektin dazu. Und dann tut man es verhitzen, dann gibt man noch meinen Zucker dazu. Und dann redet man einmal um, tut es wieder hitzen, dann ist es fertig. Man wird selbstständiger, wenn man Lehre macht. Das habe ich jetzt mitgekriegt, dass man viel mehr aufs Geld schaut. Und es ist schon näher zur Berufswert eigentlich. Es ist halt cool drauf, weil man schaut dann auch ein bisschen auf die Ernährung. Und man wächst irgendwie mit Lebensmitteln auf, sag ich jetzt einmal. Und das ist halt irgendwie so ein Beruf, dass du damit mehr machen kannst. Und für lite, oder? Wo sind wir gearbeitet? Aber das ist halt ja nicht. Und das ist halt so.